Okay. Make the damage. Ach so. Und du spuckst auch Feuer und der Dot ist stark. Aber die sich brennen halt, die sich brennen. Ja, aber Thunderlord passt besser, farblich. Na, Thunderlord ist einfach der dritte Schlag, wenn du den trisst. Du musst halt den Ghost nehmen. Da ist auch blau. Hm. Okay. Alter, wir haben Zett. Ade nur. Auf Arme gehen, Alter. Was haben wir denn? Wir Gegner. Sonder, Sonder. Oh, bin ich der einzige ohne Skin? Scheint so, ja. Ja. Sonder. Haben wir jetzt irgendwas wichtiges geändert? Ja, IW ist irgendwie jetzt anders geworden. Ich weiß auch nicht was. Irgendwas mit Passiv, oder? Mit den Drakes und so? Ja. Da war er irgendwie. Ach so, es wird größer. Das Feuer wird größer. Wenn man den Drake macht? Also wir brauchen so viele Drakes wie möglich. Beim Aktivieren ist es wahrscheinlich klein und dann wird's größer. Der Kreis. Sure. Geil, wey. Oh, Shyvana. Oh Gott. Voll geil. Das wurde auch erhöht hier, ähm. Die... Ach ne, ne, ne. Bei der Kuh. Oh Gott, äh. Luxmitte, äh. Oh, Piu Piu. Heide, komm, heide, heide, heide. Ich hab gesagt, Busch besetzen. Ich hab's ja gesehen. Ich hab's ja gesehen mit ihm. Uh, Pouplen fehlt. Jetzt ist er da. Alter, machen die die Schaden. Ich hab's geflickt Ich hab's geflickt Ich hab's geflickt Ich hab's geflickt Juch, ich hab ihn zu hochheelen Oh mein Gott Fuck off man Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist das denn Junge? Spann ihn mal Wenn du dich triffst Das sind Schwierigkeiten Ich hab's geflickt Warte mal die Minions mal bitte vor Ich hab nicht zu viel Attack Damage Okay, das war zu viel glaub ich oder? Oh 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 Das war ein Gift Wer der Till weiß nicht, wie er den Kopf gespielt Die botlane von denen ist sehr gut Ich brauchst den Minil zu tanken Was? Wir müssen auf die Invertieren, Alter Das ist einfach so trockig Gib mir nur mal das Schipp in Sensorik, der mich vielleicht trifft mit ihrem Spell Sonst kannst du dich sparen, mit dem Mana Der Mana schlägt auf die Mana Warte Black Shield Ich hab mich eigentlich hochgelutscht, Alter Ich kann mich eigentlich feigen, aber Soraka healt voll Versuch mal auf Soraka zu gehen Ich hab die Mitte grad Werde Hilf nicht den Ramp Er war aber relativ easy Habt ihr den Kill geholt? Ja, aber er ist auch geschoben Aber er wurde getroffen, ey Oh, schwierig Ja, wir brauchen den Busch Wir brauchen den Busch Hast du noch ein Wort? Ja hab ich Aber wir kommen nicht vorwärts Was ist das Ding? Die pushen zu stark Ich kann gleich runterkommen Ich würde aber das Camp noch eben machen, dann bin ich Level 6 Okay, okay, die pushen noch stark, die pushen noch stark, ist okay Dieser Mongo, Alter Ich bin zu spät Jo Ich bin zu spät Jo Ich bin zu spät Ich bin zu spät Einfach, einfach, Farmen so einfach die, erstmal die Hinteren Ich geh mitte wieder in Ich geh mitte wieder in Ja jetzt pushen die wieder Ich komme nach unten Wenn du die treffen könntest Jetzt Wir haben alle 3 geflasht Ich musste dann hinterher flashen um den kill zu kriegen Z kommt auch gut klar anscheinend Ich denke das nütze Mit russ können wir ficken Ich komme nach oben Oh kriegst du den noch Oh Oh muss auf Lux erwarten Oh wo ist die Lux Die war tot aber Ich habe sie nicht mehr Warte ich hole die Red und dann Red wird mir klaut Ah Ja da schaffen wir nicht Nein wir schaffen wir nicht Der will man springt so aus Meine Beine habe schritten Äh nicht hinterher, nicht hinterher Ach der Geh Moraka hat kein Ulti mehr, was? Der ultet Boah, Gorki hat seinen Raketenscheiß Bischer Bastard Mit dem ist jetzt durch, oder was? Was kauft er sich für items? Er will trollen, Junge Er braucht keinen guten Items Das ist wirklich drastisch Wenn man gut gut radet ist, okay Hast du was, ich hab's was Hast du was Du hast auch keinen Ulti, ne? Wäh Machis da Dann kriegen wir die locker Oh Gott! Das ist gut, wa? Das ist gut, wa? Oh oh! Oh oh! Jaaaaah! Ich komm nach unten, aber es dauert ein bisschen. Oh mein Gott! Die haben mich fast gefickt! Ich hab sogar keinen Sport, Alter. So, ich hab ein bisschen runterhit, jetzt kann ich die ulten, wegulten. Ich bin nicht gerade. Okay, die haben unten eigentlich ziemlich viel gewasted. Rank hat noch Flash. Ja, kannst du machen. Kann ich auch direkt? Kann ich bis. Ja, direkt, 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 direkt. Stop- 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 I- Ich bin ein Kuckymont. Hallo? Unterwegs Was? Ja, hopp Hopp, oh lol Minions, Minions Heiss Heftisch So, ich komm hoch Hey, ich hab's nicht verliebt und geliebt, ne? Oh mein Gott, der Flair stirbt Ja, völlig zu fliehen, völlig zu hell Bestierbt 10 HP, Digga Oh mein Gott, im Lach mal Das Gift, das ist baited voll Oh shit Ja, er ist unten 100% Das geht global Oh, Rengar, Rengar ist da Ja, siehste, da war der Hey, los ist da Ich hab's nicht verliebt Dachte Korki, dachte Korki, deswegen Ja, du bist oben tot Alter, mach'n die Schaden, ey Fuck shit, Alter Was ist los mit diesem Z, ey? Wieso verliert ihr gegen Lux? Oh, der ist so low Nooo Ein Assassin, ey Ey, ich muss mich hoch, äh, hier Ja, Kau ist weg Der Korki hat keinen, der noch einen Keks hat Der Korki hat keinen, der noch einen Keks hat Oh Gott Oh Gott Warte Ich bin gleich da Ich hab nichts Meinetwegen Kann's losgehen Ja Ja Nein Oh shit Nein, scheiße Den los Aber der Sette macht ja gar nichts Oh shit, oh shit Ohhhh Nein, ich bin tot Oh, los Oh Gott, Alter Wo wurde der... Teleport? Der Sinch hat mich hier geflipft Tot War ja nicht schlecht Pass auf Nein Nein, für für Minions Nein, hat gezogen Aaaaah 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 Oh mein, Rainbow Nerf ist so wichtig, ey Ich kann nicht viel machen Ich kann nicht viel machen Ich komm nach oben Aaaaah Hey Ich schass nicht Er ist viel zu schnell Jaaaa Hey Rangir, Rangir Ich geh nach unten Zum Drake Er, du hast noch zwei, vierzig Sekunden Du hast Rangir, wird Mitte wahrscheinlich kein Mal Der macht die... den... den Dings. The Crap. Ja. Ey. Ja, wir sind... Oh shit! Ich wusste nicht, dass die Borderline dazu kommt. Ich war sofort da, ey. Und Lux kam auch noch von oben. Ja, der hat der farbt nur, ey. Oh. Oh, das Ringo. Weg da! Die Lux ist... hart. Also, ich würde aufpassen, hier hat sauviel Schaden. Oh, die Lux macht schon den nächsten Tor, oder was? Oh. Der Trick ist noch ab. Oh. Oh. Er hat geflasht. Okay. Oh. Oh, wenn der Power fliegt. Corki fliegt, Corki fliegt. Oh mein Gott. Ernsthaft. Leute. Wir müssen weg. Oh mein Gott. Aufschluss. Aufschluss. Fringe könnte dort sein, gell? Pass auch. Der macht mich nicht bad. Oh nein! Dei Die Gegner haben einen Fernseher. Du hast die eine bessere Chance zu slownen. Um sie zu stunnen. Was für ein Schild? Dein Item? Dein Support Item? Ja, ich weiß, aber ich werde es nur mit allen, mit allen U-Pets fahren Achso Sieht überhaupt nicht gut aus unten, ey Wir verlieren einfach die Lanes Ja, nicht Jaden, die Bot-Lanes irgendwo da Doch, 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 klappt ja noch Ja Oh, der Ult noch wieder, Alter, Lappen Ich bin decked Oh, nein, komm Komm, wir rein, rein Ja, ich muss decken Für Drake Ich habe Teleport, wenn sie... Wo ist Lux eigentlich überhaupt? Ja, ja, ja Die wird bestimmt Backburst in den Dragon, in dem Ult Ich würde gerne in den Rachen voll Ja, komm, hast du es meint? Ja Ich habe Teleport, ey Sieh mal raus Willkommen über den Rachen Ja, ich kann den Rachen volldaten Ja, ich werden Kürze Ich bin讀 Überlebt es! Er überlebt! Nein! Warte! Oh! Überlebt es? Überlebt es? Ja, ja! Trap! Trap in! Trap in! Nicht da! Ah, komm! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Diese Mist! Wie bleibst du, Alter? Ich weiß nicht! Nice, ey! Er ist einfach abgehauen! Kann ich den ganzen Weg nochmal hoch? Hast du ein bisschen Pipi in den Hosen? Junge, mein Hände schwitzen langsam! Alter! Das ist aber richtig knapp, Mann! Immer ranhalten, ey! Ja, ich hab 7-3! Ich hab noch eigentlich nicht das Damage! Ich müsste es nur um ihn auszügern! Aber Synch, der nervt mich! Er hat Ghost Flashed, das ist gefickt! Er wird Late Game mich nur chasen, bin ich gefickt, ey! Das macht keinen Spaß! Ich bin da! Ich bin da! Dude! Das geht! Oh, ich hab die Totten! Alles gut, ich warte, der Renga! Oh, wo Synch ab? Die Loks, die Loks! Wüsstest du kriegen? Ja, kann ich, kann ich! Rango, wo ist Rango? Ja, wir haben bis jetzt nur einen Tower! Nur! Oh! Oh! Oh, ich hab keine Leute geröst! Oh! Oh! Oh, oh! Oh! Willst du dich? Nee, nee Wohl, Mitte Alter Lux hat schon Schon echt Damage schon Hey komm, komm, komm Ah, mach da ein doch Ah, mach da ein doch Waaaii Rufl, rufl, rufl Der Fosch meines noch Mitte Soll ich es Das Feuer macht so wie Schaden, ey, heftig! Jetzt hat er dick Cash bekommen von mir Der Ranget hat aber noch kein einziges Mal top Doch, kannst du nicht engage oder mich bestützen irgendwie versuchen? Kann ich machen, ja Ich hole den Rapp aus Die werden nur auf mich gehen, Rang und Sinj, ey Aber gegen Lux kann ich nichts machen, gell? Nee, scheiß auf Lux Lux hole ich schon da runter Ja, wenn die dich ultet, muss man ja nicht Ja, ich hole mir Dings, ich hole mir dieses grüne Item Noo Der Rang ist 50 Sekunden Haha Wow Wow Nein Bist du überlebt? Ach, Power Nein Funky Oh, die docks mal echt hart, ey Lynch kommt, gell Lynch kommt, gell Lynch kommt, gell Geweite, 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 geweite Toll Wo ist der denn? Da ist der Base Da ist der Base Da ist der Base Oro ist mit dem hin Wir haben ihn zurückgeschleudert In seiner Daze Trick ist bald ready Jetzt? Ja Ja, das soll man schnell machen Entschuldigung Ja, müsst ihr Müsst ihr, müsst ihr machen Moment Ich muss die Ich muss dein Deck treiben Du willst nicht farmen? Ja, Lynch kommt, ich kann nicht machen Ja, ich kann mal Gleich wirds Guckt Alle kommen Alle kommen Mayday, Mayday Rengar, Rengar Ja, schaffen Hattie Er hat geflasht 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 Hey, Rengar Hat er noch nen Board? Lass draußen, oder? Lass, lass, lass ihn, lass ihn kommen Der Rengar Er hat geflasht Hast du Smite ready? Ja Was? Oh, Rengar, Alter Oh, die haben gewonnen Weg 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 Ihr müsst zurückgehen Wir haben Bullshit, Alter Hä? Wie haben die denn den Drake bekommen? Lux, glaub ich Lux hat alles drauf gehauen Lux 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 hat noch mehr Schale als dein Smite Du, Alter, sowieso Oh, shit Okay, zuck dich nicht, nicht, nicht Danke Der Korki ist voll gut, Alter Wir haben auch schon richtig Damage Nicht Nicht Beschütz den Tower Ey, ich muss back gehen Ja, ich kann defen Vorsicht, Vorsicht Hast du gerade gelassen, Dui? Hehehehe Was denn? Du ekelhafter, Alter Ja, ja Bist du mit so'n hässigen Gunsen doch, ey Was? Was? Nein, doch Ich werde mich der Super. Diese Ich weiß, was in den anderen Ach, was bei der anderen zuck Wiedersehen Wir sind Ich habe Oh, oh, zack, ich bin top Geht was, Mattel? Nee Oh, oh Rengar ist ein Ultimear Sein von Pimptower Drei Mitte Ja, Junge, ich mach keinen Schaden bei ihnen Muss mal toppushen Rengar ist weggegangen Oh, Gott ist cocky Ja, ich geh botpushen, der Wichser Lass ihn abholen vom botlaneen Nimm den Top Tower, okay Oh, neil Stinch kommt, Stinch kommt Ey Ey Ey, pass auf, das war jetzt Ich wollte doch in den Kreis Ey, ey, können wir nicht alle verlassen Wo ist Ringer? Oh shit, nicht schon wieder Oh mein Gott Vorsicht für Ringer, ja Ah, der Step ist zu gierig Oh mein Gott Ich brauche Live-Steel Oh, ich bin alleine Live-Steel Gut Not in der Base Ja, ich brauche Oh shit, er ist schon wieder Ja, es ist vorbei, es sind zu krass Spot-Lane ist halb offen Oh lord, wow Ja, Push-Boss Ja Ich hab' Ich darf auch mal gehen, man kann reichen Ja, ist perfekt War gut Team, war gut Team Ich wollte erst ein Club machen, oder? Nee, ist zu viel, oder? Wir sind alle bestätten, ich hab noch Ulf Ja, wir können trappen, ich warte hier Sind sie jetzt in der Mitte? Ja bitte alle Track ist bald 50 Sekunden Das sollte so sein, oder? Wir sind ein Red Barfighter Wir müssen den Gönnen Wee, 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 was geht ab Wollen die Barren machen? Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich weiß nicht, ich weiß nicht Drake, Drake Ja, haut ab Drake, runter, runter Korki war unten Ich hab keine Wurz mehr Wir machen Ich muss euch beeilen Ich muss euch beeilen Schnell, mach mich schnell Der Rang hat kein Ult, ey Ah Alter, so viel Schaden, ey Wut, wut, wut Er geht zurück Ja, gut Nicht Lux ult Ah Hattest du schon ulti? Ja Ja Ah, er hat nicht viel crit. Oh, nein, nein, nein! Er hat 40%, ne? Also ist das, ich glaub, 37 oder 32 Sekunden Ulti. Okay. Boah, das ist schon eklig, Mann. Boah, eigentlich Finch, der ist ja voll schnell gestorben oder so. Ja, ich hab ihn weggehauen. Gut CC, dann kann ich viel damage machen. Lox hat 12 Kills. Oh, ich hab jetzt GA. Nee, nicht GA, mein Pocky-One. Fokuss nicht, sowieso nicht. Was soll ich mit Anno holen? Ja, okay, ich hab den Banshees geholt. Lass mal Pocky holen. Ich hab Teleport. Ich hab Teleport. Oh. Fokuss. Fokuss. Fokuss, Fokuss. Guck. Ja, ja. Will mal ein bisschen hochhauen. Ja. Oh, lol. Ah, fuck's up. Wow, Alter. Ja, ich getoppt. Jo. Ja. Ah, wie mal zu viel damage, ey. Oh, kass, ich bin wieder bot. Oh, shit. Ich wollte gerade den Red noch nehmen. Ja, ich war nicht Baron, oder? Am besten den bisschen... ...sindiges Bot. Schick den Bot, ey. ...schick den Bot, ey. ...schick den Bot, ey. ...schick den Bot, ey. ...schick den Bot, ey. Ja, die Seitlinge. Ja, die Seitlinge. Ja, die sind alleine, gell? Ja, die sind alleine, gell? Wo sind die denn alle? Wir sollten eigentlich Barron machen. Lass Barron machen, Barron. Ja, müssen wir. Barron oder wie? Ich glaub dich nicht mehr. Wir machen unstressvoll. Was? Was? Ja, Barron, Barron, ja, komm. Dui? Ja. Wir sind gut. Oh, was? Ja, wir haben ihn, wir haben ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Oh mein Gott. Okay, Mitte, Mitte. Okay, bis zu Ende. Du kannst ihn beenden. Ja. Einfach beenden. Einfach pushen. Oh nein. Was? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Er hat sogar die Gehlebe. Etwas. Was? Geh, geh, geh mit den Tauben, was macht die oben? Ah, da hat er zu süß Da ist kein PS Plus, komm schon! Komm schon, irgendwas cooles!